Musik Nach den Gemeinswahlen in Binnigen gibt es im Gemeinderat neue rot-grüne Mehrheit und im Einwohnerrat sind die Grünen die grossen Gewinner, und zwar zu Lasten von links und rechts. Die GemeinsTV Binnigen hat das jüngste und seltenste Mitglied vom Binniger Einwohnerrat ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Ich bin Trala Lamaker, 23 Jahre alt und seit dem Sommer 2019 im Einwohnerrat Binnigen für die CVP-Fraktion. Hallo miteinander, mein Name ist Peter Sala, ich bin 67 Jahre alt und Einwohnerrat für die FDP. Welches sind die politischen Schwerpunkte der 23-jährigen Rahel Amaker? Meine politischen Schwerpunkte sind einerseits der Umweltschutz, weil ich finde, da muss man noch viel machen, extrem viel. Und da hat die Politik wirklich eine Schlüsselrolle, da kann sie einiges erreichen. Und andererseits auch Gleichberechtigung, vor allem auch zwischen den Geschlechter, aber generell einfach eine Offenheit, eine gewisse Offenheit mitnehmen für die Gesellschaft und das in die Politik einbringen. Und wo sieht der Roths älteste seine politischen Schwerpunkte? Also meine Anlegungen als FDP-Mitglied sind, dass diese Sachgeschäfte im liberalen Sinn durchgeführt werden, dass sie in Freiheit, Fortschritt und Gemeinsinn sind. Und persönlich würde ich mich einbringen mehr im technischen Bereich, wie in den Strassenverkehr und in die Energietechnik. Welche Erwartungen hat die jüngste Einwohnerrätin am ältesten Roths-Kollege und umgekehrt? Also direkt am ältesten habe ich vielleicht nicht gerade eine Erwartung, sondern vielleicht mehr, dass es halt im Einwohnerrät ist ein Mix zwischen viel älteren, dann mittelalter und ein paar junge Menschen. Und natürlich fände ich es super schön, wenn es noch ein bisschen ausgewogenes Mix gäbe. Weil ich finde, es braucht alles. Wir brauchen eine gewisse Diversität im Einwohnerrat. Nicht nur im Alter, sondern auch beim Geschlecht und bei den Berufen. Weil schlussendlich ist ja die grosse Aufgabe der Politik eigentlich, den Willen des Volkes zu vertreten. Und unser Volk ist bunt. Unsere Bevölkerung ist bunt. Sie sind divers. Und ich denke, es ist viel einfacher, die Diversität zu vertreten können, wenn auch die Politikerinnen und Politiker eine gewisse Diversität mitbringen. Also meine Erwartungen an die jüngsten Mitglieder sind, dass sie die Jugend vertritt. Ich habe zwei Töchter, die im gleichen Alter sind und stand darum ihre Anliegen. Ich hoffe, dass sie die Mitte-Partei, die FHP, auch so vertritt, wie sie es im Wahluftritt gezeigt haben. Aber wenn ich sie so wahrgenommen habe bis jetzt, stimmt sie eh in den Grünen rot, was man halt auch von den Jungen so erwarten kann. Rahel Amacker kommt aus einer sehr politischen Familie. Ihre Mutter Kathrin Amacker ist einmal Nationalrätin gewesen. Welche politischen Ambitionen hat jetzt die Tochter? Das ist noch sehr früh, glaube ich. Ich habe auch vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht gedacht, dass ich überhaupt mal so einen Politikgang abgesehen vom Studium. Das ist ja nicht nur theoretisch, sondern auch Praxis. Und habe eigentlich einfach die Gelegenheit bekommen, als Patricia zurückgetreten ist und mich gefragt hat, ob ich nachrücken würde. Und habe gedacht, doch, das sei interessant. Und momentan bin ich wirklich noch am Lernen, am viel Eindrücke sammeln und mal schauen, wo es hingeht. Das weiss ich jetzt wirklich noch nicht. Was gibt die Präsidentin vom Binniger Einwohnerrat, jungen Ratsmitglieder für einen Tipp mit auf einen politischen Weg? Mein Tipp ist, dass man ausgeglichen bleibt, dass man fair bleibt und dass man vor allem nicht für sich schaut, sondern für wenige. Das muss man immer im Kopf halten, dass man nicht irgendwie abschweift oder überheblich wird. Und dass man sich auch mit der Partei abspricht. Dass man in der Fraktion die Geschäfte gut vorverreitet und mit der Fraktion abspricht. Und dass man auch ein paar Eltern aus der Fraktion fragen kann, wie ist das denn? Wie mache ich das? Und dann ist auch immer noch der Tipp, dass der zuständige Gemeindrot einem die Fragen beantwortet. Das ist sogar ein Anliegen des Gemeindrot, dass man direkt zum zuständigen Gemeindrot geht, wenn man eine Frage hat. Und eben das Fairbleiben untereinander, das ist mir etwas ganz Wichtiges. Im Kunstverein Binniger ist es gelungen, den bekannten Schriftsteller Petro Lenz nach Binniger zu holen. Der gebürtige Berner hat letzte Woche im Kronenmatzsaal aus seinen beliebten und populären Mundartkolumnen vorgelesen und viele Zuhörerinnen und Zuhörer in Bann zogen. Der Kunstverein Binniger organisiert seit 1964 regelmässig Lesungen mit regional und national bekannten Autorinnen und Autoren. Der Anlass mit dem Petro Lenz ist der 78. war. Eine gewaltige Leistung. Wie bewältigt der Kunstverein einen solchen Anlass? Also wir sind heute so aufgestellt, dass wir jetzt 50 Mitglieder haben und 100, die von irgendeinem herkommen. Und das ist eigentlich normal, dass wir ein Drittel Mitglieder haben, zwei Drittel kommen von auswärts, die einfach interessiert sind an der Veranstaltung, an der Künstler. Und es ist immer wichtig, dass wir auch noch einen Austausch haben, hier um den Aperon, das ein wichtiges Element ist, wo man ins Gespräch kommt. Und auch mit dem Künstler oder dem Autor kann ins Gespräch kommen, das ist ganz wichtig. Und was steht als nächster Anlass auf dem Programm? Dort machen wir ein Konzert mit der Gleier Graf. Das ist am 1. April, auch hier im Kronenmattzaal, am 8. Der Gleier Graf wohnt in Binniger, ist eine junge Pianistin, ist die Tochter von Peter Lukas Graf, die Querflöte spielt. Und ihr Bruder, der Florian Graf, kennt man auch, wenn man in der Kunst unterwegs ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017